2. Die drei Grundsätze Wisse, möge Allah sich deiner erbarmen, dass jeder Muslim und jede Muslimin verpflichtet ist, die folgenden drei Grundsätze zu verinnerlichen und nach ihnen zu handeln. Der Verfasser, Rahimahullah, hat diesen Abschnitt mit einem Bittgebet für den Leser begonnen. 3. Insgesamt hat er, möge Allah sich seiner erbarmen, Bittgebete für den Leser an drei Stellen gesprochen, am Anfang der vier Grundsätze, dann an dieser Stelle am Anfang der drei Grundsätze und zuletzt an der Stelle mit den folgenden Worten, wisse, möge Allah dich zu seinem Gehorsam leiten. 4. Die Einführung, die Definition des Tauhid unterteilt sich in zwei Kategorien. 5. Einmal aus sprachlicher Sicht ist es etwas zu vereinen und islamisch ist es die Aufrechterhaltung der Einheit Allahs in der Herrschaft der Namen und Eigenschaften sowie der Anbetung und Dienerschaft. 5. Der Tauhid unterteilt sich in drei Kategorien auf. 5. Erstens die Einheit Allahs in Bezug auf seine Herrschaft und zwar, dass man Allah allein die Taten, die Schöpfung, die Herrschaft und der Versorgung zuschreibt. 6. Zweitens die Einheit Allahs in Bezug auf Anbetung und Dienerschaft, dass man Allah allein dient. 7. Und drittens die Einheit Allahs in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften, dass man Allah alleine die Namen und Eigenschaften zuschreibt, mit denen er sich selbst im Koran und in der Sunna über seinen Propheten Frieden und Segen sein auf ihm beschrieben hat. 8. Der erste Grundsatz lautet, Allah schuf uns, gab uns Lebensunterhalt und ließ uns nicht ohne Führung, sondern schickte uns einen Gesandten. Wer ihm gehorcht wird ins Paradies eintreten und wer sich ihm widersetzt wird ins Höllenfeuer eintreten. 9. Und der Beweis dafür sind Allahs Worte im Koran, wir haben zu euch hier einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharaon einen Gesandten sandten. 10. Er widersetzte sich Pharaon, es widersetzte sich Pharaon dem Gesandten, da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. 11. Die Namen und Eigenschaften Allahs sind fest. Dies geschieht dadurch, dass man das bestätigt, was Allah in Bezug auf sich selbst bestätigt hat und dass man das verneint, was Allah in Bezug auf sich selbst verneint hat und was sein Gesandter Frieden und Segen sein auf ihm verneint hat, 11. Ohne davon etwas zu interpretieren oder zu leugnen und ohne davon etwas zu erläutern oder mit der Schöpfung zu vergleichen, wie zum Beispiel in den Versen, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf, wobei uns keine Müdigkeit überkommen hat. 12. Die Zusammenfassung der drei Grundsätze Der erste Grundsatz lautet, die Einheit Allahs in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften. Der zweite Grundsatz ist die Einheit Allahs in Bezug auf Anbetung und Dienerschaft. Und der dritte Grundsatz ist, sich vom Schirk, von dem Politheismus und denjenigen, die ihn praktizieren, loszusagen. 12. Mit dem ersten Grundsatz bestätigt der Verfasser, Möge Allah sich seiner erbarmen, die Einheit Allahs in Bezug auf die Herrschaft und die Namen und Eigenschaften. Außerdem bestätigt er, dass Allah der einzige Schöpfer und Versorger dieses Universums ist 13. Und dass er Propheten entsandt hat, die den Menschen seine Zeichen verlesen. 14. Der Grund für die Entsendung der Propheten, Frieden sei auf ihnen, ist zum einen, die Botschaft zu überbringen als Barmherzigkeit. 15. Allah sagt im Koran, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. 16. Und zum anderen, den Weltenbewohnern die Botschaft zu überbringen. 17. Allah sagt im Koran, und wir strafen nicht er, bis wir einen Gesandten geschickt haben. 17. Der zweite Grundsatz lautet, Allah akzeptiert es nicht, dass man ihm in der Anbetung jemandem beigesellt. 18. Gleichgültig, ob er sich um einen nahengestellten Engel oder einen Gesandten Propheten handelt, und der Beweis sind Allahs Worte. 18. Und die Gebetsstätte gehören doch Allah. Es ruft neben Allah niemanden an. 19. Der zweite Grundsatz bestätigt die Einheit Allahs. 19. So sagt der Verfasser, Rahimahullah, Allah akzeptiert es nicht, dass man ihm in der Anbetung jemandem beigesellt. 20. Das bedeutet, dass niemand recht hat, angebetet zu werden außer Allah, gleichgültig, ob es sich dabei um einen Propheten, einen Engel, einen Jinn oder einen rechtschaffenden Menschen handelt. 21. Und der Beweis sind die Worte Allahs. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft niemand neben Allah an. 22. Über die Bedeutung des Wortes Gebetstätte gibt es drei Aussagen der Gelehrten im Tafsir. 23. In der Interpretation des Koran, und zwar zum einen die Erde, da der Prophet a.s.w. sagte, die Erde ist mir zum Gebetsplatz und zur Reinigung gemacht worden. 24. Zweite Bedeutung könnte sein, die Körperteile, die bei Niederwerfung den Boden berühren. 25. Und drittens die Moscheen, die gebaut wurden, damit Allah darin angebetet wird. 26. Allahs Worte, so ruft niemanden neben Allah an. So sagt der Imam, Rahimahullah, Allah akzeptiert es nicht, dass man ihm in der Anbetung jemandem beigesellt. 27. Gleichgültig, ob es sich dabei um einen Propheten, einen Schutzheiligen, einen Jinn oder einen rechtschaffenen Menschen handelt. 28. Und der dritte Grundsatz lautet, wer dem Propheten gehorcht und an Einheit Allahs glaubt, dem ist es verboten, jemanden zu lieben, der Allah und seinem Gesandten zuwider handelt. 29. Auch wenn dieser sein Ängster verwandter wäre und der Beweis dafür sind die Worte Allahs. 29. Du findest keine Leute, die an Allah, den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah seinem Gesandten zuwider handeln. 30. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder Sippenmitglieder, jene in ihre Herzen, hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. 31. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durch eilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. 31. Allah hat wohlgefallen an ihnen und sie haben wohlgefallen an ihm. 31. Jene sind Allahs Grupierung. Sicherlich Allahs Grupierung wird es, sind diejenigen, denen es wohl ergeht. 32. Der Verfasser, Rahimullah, stellt klar, dass es verpflichtend ist, sich vom Schirk, von dem Politheismus und denjenigen, die ihn praktizieren, loszusagen. 33. Dies geschieht durch erstens das Herz. 34. Das bedeutet mit dem Herzen dadurch, dass man die Ungläubigen sowie ihre Feierlichkeiten verabscheut, vor allem aber, dass man verabscheut, was sie an Schirk, was sie an Politheismus und Erneuerung praktizieren. 35. Durch die Zunge. Mit der Zunge ist der Beweis aus den Worten Allahs, gewiss, ich sage mich von dem los, von dem, dem ihr dient. 36. Sag, oh ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde nicht dem dienen, dem ihr gedient habt. Und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Euch ist eure Religion und mir meine Religion. 37. Und drittens durch den Körper. Mit dem Körper, in dem man nicht an ihren Feierlichkeiten und an ihrem Gottesdienst teilnimmt. Vielen Dank.